Wir melden dann Mia Lackner, Lachnitz, gestartet, Nordergröpfel, Schönex, am Start, Lydia, Kurz, Vorlauf. Hopp, 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 Teresa, aus, hopp, hopp! Super, Teresa Reitauer, und sie geht durchs Ziel mit einer Zeit von 1.11.40, bravo! Super, direkt Mia Lackner von der Volksschule Lachnitz, hopp, hopp, Mia! Und die Mia ist im Ziel mit einer neuen Bestzeit, 56.36, neue Bestzeit für wir, Lackner, Volksschule Lachnitz, im Rennen, Nordergröpfel, Volksschule Schönex, mittlerweile gestartet, Nummer 2, Anna Thurnsäck, Volksschule Lachnitz. Ach so, hopp, 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 Nora Kröpfel, und oben die Anna Thurnsäck, da gibt es sicher da ein Problem, glaube ich, im Steilank. Wo Emilia? Mittlerweile gestartet, David Sommer, Volksschule Schönex, am Start, Ignaz, Piscani, Volksschule Lachnitz. Und Marlene Moor geht durchs Ziel mit einer Zeit von 48.09, bravo, Marlene Moor. Im Rennen David Sommer, Schönex, und oben, Ignaz, Piscani, wenigstens. Am Start, oder selbst gestartet, Lukas Winkler, Volksschule Lachnitz. Im Rennen David Sommer, hier kommt das nächste, Ignaz. Und er legt die erste Wichtzeit in der Kinder- und Meldung vor. Simon, Volksschule Bingo, umgestartet, war nicht in Jeckel, Volksschule Schönex, am Start, Max Kölig, Volksschule Platzrad. Hopp, 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 Marcel, Simon. Marcel Simon ist im Ziel mit 1 0 9 0 4 Im Kurs Valentin Jäcki Schöneck und Oben Max König Plassendorf gestartet Josef Karlschenegger, Sechenskirchen am Start, Maximilian Hofer Vorlauch Hopp, 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 Valentin Jäcki und der Stopp unterwegs, neue Festzeit Er geht durch Dieten mit 48, 89, mittlerweile oben schon zu sehen Martin Krömpel Schöneck im Mittelmein unterwegs Jonathan Kolb, Mohra und am Start Valentin Fabian Piller auf der Volksschule Wenigzell Und 47, 82 die Zeit für Jonathan Kolb Im Kurs Martin Krömpel Schöneck und Oben Fabian Piller auf der Wenigzell Am Start durch Blick auf die Volksschule Seifenboden Und der Martin Krömpel Schöneck, super, 5 Minuten